Was sind deine Ziele in diesem einen Leben, welches du hast? Angenommen, du würdest diese Ziele allen deinen Freunden erzählen. Wer würde dich auslachen und nicht ernst nehmen? Und wer würde dich auf deinem Weg unterstützen? Als ich mit Bodybuilding begann, begann ich das Leben zu verstehen und baute ein unglaubliches Mindset auf. Herausforderungen erkennen, Pläne erstellen und Ziele erreichen. Egal was irgendwer von dir denkt, das ist ein Mindset wie ein Bodybuilder. Aus was setzt sich dieses Mindset zusammen? Disziplin, Motivation, der richtigen Wahrnehmung und festem Optimismus. Kennst du deinen Plan? Ich gebe dir eine einzigartige Lösung mit. Lightrate, Mindset wie ein Bodybuilder, ein Investment in dich selbst.